Die B-Cube Projektlogistik, das ist ein Joint Venture aus zwei Firmen, einmal der B-Cube aus Italien, aus Casale und der Projektlogistik aus Deutschland, aus Berlin. Wir sind hier aus verschiedenen Standorten, in verschiedenen Standorten und möchten für Sie Logistik machen. Die B-Cube Projektlogistik, ein starkes Team. Die B-Cube Projektlogistik, ein starkes Team.